Die Reischifffahrtspolizei Basel hat beschlossen, ein neues Schiff mit den neuesten Anforderungen anzuschaffen. Man hat geplant, geschweisst, gekleppt, montiert, geschliffen und schliesslich das Bund abgemullt. Sitz- und Stauflächen sind montiert worden. Die Elektriker hat sich alle Mühe gegeben. Und auch die beiden Motoren haben selber einen Platz gefunden. Und dann ist es so weit gesehen. Datila und der Rhein feiern Hochzeit und lernen sich kennen. Das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020